AK Außer Kontrolle muss nicht bis Weihnachten auf Geschenke warten. Bei ihm gibt es jeden Tag Bescherung. Allerdings kommen die Geschenke nicht durch den Schornstein, sondern aus dem Ladenschaufenster. Denn AK Außer Kontrolle ist ein justizzertifizierter Gauner. Also das ist ein Brief von der Staatsanwaltschaft. Ermittlungsverfahren gegen sie wegen schwerer Raub. Einbruch in den Apple Store am 2.12.2013. Gemeinsam mit seiner Crew, die von den Medien auch Gullideckelbande genannt wird, soll AK über 500 Beutefeldzüge durchgeführt haben. Dafür saß er schon etliche Male hinter der Arrestzelle. Und obwohl AK selbst angibt, seit Jahren nicht mehr auf der Jagd gewesen zu sein, versteckt er nach wie vor seine Identität hinter einem schwarz-weißen Bandana. Mittlerweile hat er dem Halunkentum ein für alle Mal den Rücken gekehrt und lebt ein friedliches Leben als erfolgreicher Gangster-Rapper. Seine Texte sind geprägt von actiongeladenen Plünderungsaktionen sowie spannenden Geschichten der Unterwelt. Mit Sturmmaske und Brecheisen in den Benz steigen, auf die Autobahn mit geklauten Kennzeichen, 300 kmh Tunnelblick, hier brennen Reifen. Aber wie hat dieser Mann es von dem Ghetto Berlins bis an die Spitze der deutschen Charts geschafft? Was machte aus dem kleinen Davut einen erfolgreichen Blitzeinbrecher? Und vor allem, was war der Wendepunkt in seinem Leben? Davut Altundal wird vermutlich irgendwann in den 1980er Jahren in einem Berliner Asylbewerberheim geboren. Bis heute legt er großen Wert auf Privatsphäre, weshalb nicht viel über seine Person bekannt ist. Seine kurdischen Eltern flüchteten in den frühen 80er Jahren vom Libanon-Krieg nach Berlin, um ihren Kindern eine bessere Zukunft bieten zu können. Angekommen in der Hauptstadt, kommt es jedoch ganz anders als erwartet. Denn zunächst müssen sie lernen, mit der völlig anderen Kultur klarzukommen. Die Eltern konnten uns keine hilfreichen Tipps geben, was den Alltag und das Leben hier in Deutschland so betrifft. Ja, weil wir das selber hier nicht kennen, was wir leben. Davut wächst mit seinen zehn Geschwistern im Berliner Ghetto, dem Stadtteil Wedding, auf. Berlin Wedding gilt als der blutigste Bezirk Berlins. Neben dem klassischen Handel von Textilpräparaten sind Fausttänze und Fratzengeballer hier keine Seltenheit. Mit einem Ausländeranteil von fast 50 Prozent wirkt der Stadtteil schon fast wie Klein Babylon. In diesem Viertel wächst der kleine Davut unter turbulenten Lebensbedingungen auf. Um die 13-köpfige Familie über Wasser zu halten, übernimmt der junge Davut früh große Verantwortung. Schon im Kindesalter verkauft er gemeinsam mit seinem Vater geschmuggelte Lungenbrötchen in Berlins Schattenwirtschaft. Dort sammelt er erste Praxiserfahrungen im Vertrieb. Was sich für seine spätere Karriere noch als förderlich herausstellen wird. Man muss Sachen klären und dann teurer verkaufen. Schneller sein als andere. Besser. Zuverlässiger. Doch das gaunerische Umfeld färbt früh auf den jungen Davut ab. In der zweiten Klasse schwänzte bereits die Schule, um in einem Elektronikladen mit dem neuesten Nintendo zu spielen. Er ist so fasziniert, dass er kurzerhand entscheidet, das Nintendo zu stibitzen. Allerdings bleibt es nicht bei einem einzigen Beutezug. In dem diebischen Handwerk bildet der kleine Davut sich selbst zu seinem eigenen Meister aus. Dies thematisiert er auch heute in seiner Musik. Was in Teufels Namen? Beute unterm Arm? Ich spiele, seit ich sieben bin, Räuber und Gendarm. Zunächst stehen Kleidungsläden und Kioske auf dem Tagesplan. Doch mit der Zeit wird das Diebesgut immer teurer. Ich habe nicht lange gefackelt. Ich habe auch nicht lange darüber nachgedacht. Wir waren die Konsequenzen. Egal, Hauptsache Geld. Und schnell. Und viel. Im Alter von gerade einmal zehn Jahren wagen Kräuterstimulanten zum ersten Mal einen Ausflug in Davuts Lunge. Die Schule scheint ihm nie wirklich wichtig zu sein. Viel lieber lungert Davut mit anderen Halunken auf den Straßen Berlins herum. Deshalb bricht er die Schule schon nach der siebten Klasse endgültig ab. Seine Lehrer sollen damals froh gewesen sein, ihn endlich losgeworden zu sein. Da er keinen deutschen Pass, sondern lediglich eine zeitlich begrenzte Aufenthaltsgenehmigung besitzt, kann er unmöglich eine Ausbildung starten. Denn kein Betrieb würde jemanden einstellen, der eventuell in wenigen Monaten abgeschoben wird. Aus diesem Grund wird dem perspektivlosen Davut schnell klar, dass der dunkle Weg die einzige Möglichkeit für ihn ist, um seine Familie auch weiterhin finanziell unterstützen zu können. Einen Bachelor und Master in der Straßengaunerei konnte Davut zu diesem Zeitpunkt auch ohne Schulabschluss vorweisen. Denn trotz seines jungen Alters hatte er mit seinen Jungs schon etliche Läden im Berliner Umkreis abgeklappert, was ihm den ein oder anderen Pfennig zuspielte. Kurze Zeit später weitet er sein Geschäftsfeld auch auf private Wohnungen aus, wo er sich mit Schmuck, Bargeld und Elektronikartikeln ein nettes Taschengeld dazu verdient. Doch sein Talent für Überraschungsbesuche bleibt nicht lange unentdeckt. Im Alter von 14 Jahren muss er sechs Monate Zwangsurlaub antreten. Statt daraus zu lernen, macht Davut nach seiner Freilassung da weiter, wo er aufgehört hatte. Er führt unangemeldete Besuche durch und leiht sich Wertgegenstände auf unbefristete Zeit aus. Doch dies steht er gerade einmal zwei Jahre durch, bevor die Augen des Gesetzes ihn erneut in die Finger bekommen. Im Alter von 16 Jahren muss Davut wieder in den Käfig. Diesmal allerdings nur für vier Monate. Für ihn immer noch nicht Grund genug, um das ghanowische Leben hinter sich zu lassen. Und schon bald beginnt er neben regelmäßigen Beutestürmen auch Kopfknüller zu vertreiben. Der geschickte Davut geht zielgerichtet vor, was ihm im jungen Alter schnelles Geld einbringt. Doch die scharfsinnigen Ordnungshüter in Blau haben ihn auf dem Schirm und lassen ihn nicht aus den Augen. Sein kleiner Bruder Yussef schrieb 2020 in einer Instagram-Story folgendes. Schon als kleines Kind warst du mein Vorbild, als die B*** fast tagtäglich unsere Tür wegen dir kaputt gemacht haben und die ganze Wohnung durchsucht haben. Mit 18 Jahren wandert Davut zum dritten Mal hinter Gitterstäbe. Diesmal sind es nicht etwa vier oder sechs Monate, sondern ganze 26 Monate Haft. Rückblickend glaubt AK, dass der Grund für seinen krummen Weg die mangelnde Erziehung der Eltern war. Sie seien selbst nicht in Deutschland klargekommen. Wie sollten mich meine Eltern auf das Leben hier vorbereiten? Bis heute hat er keinen deutschen Pass und muss jedes Mal darauf hoffen, dass sein Aufenthaltstitel verlängert wird. Wir sind jetzt hier bei der Ausländerbehörde. Zum 500. Mal hier. Stammkunde. Die wollen auf der einen Seite, dass ich mich integriere, hatte aber nie eine Chance, eine Ausbildung anzufangen damals zum Beispiel. Konnte ich nicht, wegen meinem Aufenthaltsstatus. Für ihn war Kriminalität über einen langen Zeitraum die einzige Möglichkeit, um an Geld zu gelangen. Deswegen ließ er sich auch nach seiner Freilassung nicht von irgendjemandem bremsen. Doch von nun an war's das mit den Bagatelldelikten für Davut. Jetzt geht es erst richtig los. Davuts Geschäfte nehmen neue Dimensionen ein. Anfangs vertreibt er die Gewächshauspflanzen noch selbst. Nach und nach stellt er pfiffige Knaben ein, die diesen Job für ihn erledigen. Er war somit vom Laufburschen zum Mittelsmann aufgestiegen und verdiente dadurch laut eigenen Aussagen zu Spitzenzeiten über 50.000 Euro am Tag. Doch das ist nicht alles. Denn zusammen mit seinen Kollegen ging er regelmäßig auf Tour. Nicht aber auf Musiktour, das kommt erst später, sondern auf Plünderungstour. Gemeinsam räumen sie Elektronikläden, Juweliere und Bankautomaten auf. Das Diebesgut verkaufen sie dann auf dem Piratenmarkt. Der Piratenmarkt ist eine Art Flohmarkt für Erwachsene. Als Teil der Gullideckelbande ist Davut bei einigen der insgesamt 500 Einsätzen mit dabei. Die Gullideckelbande ist nicht etwa ein Zusammenschluss von ehrenamtlichen Feuerwehrmännern, sondern eine Gruppe, die bundesweit auf Schatzsuche geht. Die Medien gaben ihnen diesen Spitznamen, da der Gullideckel das beliebteste Einsatzwerkzeug der Ganoven ist. Wenn du ihn durch eine Scheibe schmeißen willst, dann brauchst du Power. Am besten auch, du wirfst ihm dann halt gerade die Münze durch die Scheibe. Durch sein hohes Gewicht und den Fakt, dass man sich ihn überall ausleihen kann, ist er der perfekte Gegenstand dafür. Wenn die Fensterscheiben blockiert oder besonders gut geschützt sind, ist die Flexmaschine Plan B. Als Gauner muss man nämlich auf jede Situation flexibel reagieren können. Aber erzähl mal, was ist das? Ja, das ist ein Flex, das ist ein Benzin-Flex, mit der kann man halt Wände aufflexen, wenn man irgendwo durch die Wand will oder so, oder durch die Decke irgendwo rein. Diese Aktionen werden auch Blitzeinbrüche genannt, da sie in einer unfassbaren Geschwindigkeit erfolgen müssen. Blitzeinbruch heißt, du hast keine Zeit, zwei Minuten. Du gehst rein, schnappst in die Beute und verschwindest. Da wird nicht erst reingegangen und geguckt, was man nimmt, sondern da weiß jeder schon ganz genau, welcher Bereich am meisten Profit bringt. Als Teil der Gullideckelbande verdient sich Davut wortwörtlich ein goldenes Näschen. Seinen besten Freund, das Brecheisen, hat er immer mit dabei. Häufig kommt es bei solchen Abendeskapaden zu wilden Verfolgungsjagden, die nicht selten haarscharf enden. Meine schlimmste Fahrt war, da haben wir eine Sache gedreht und wir sind auf der Autobahn und flitzen gerade weg. Da habe ich das Auto fast verbrannt, über 300 auf jeden Fall. Dazu krallen sich die maskierten Banditen Kennzeichen und sogar ganze Autos, um ihre Identitäten um jeden Preis zu schützen. Eine sehr effiziente Taktik ist es, entwendete Autos als Rambock zu nutzen, um so kostbare Zeit zu sparen. Bekanntermaßen setzt ein guter Geschäftsmann niemals seine ganze Hoffnung auf ein Pferd. Diversifikation ist auch als Schlitzohr äußerst wichtig. In dem Lied »Echte Berliner« spricht AK ein weiteres Geschäftsfeld, die Geldzapfsäulenübernahme, an. Wer geht in die Bank mit Methangasflaschen? Sprengt Automaten, batzen auf Start seinen Nacken. Hierbei wird eine Mischung aus Methan und Sauerstoff in den Automaten geleitet. Anschließend zünden die Schurken das Feuerwerk. Die wohl bekannteste Invasionsattacke der Gullideckelbande ereignete sich im Dezember 2013. Damals rasen die Täter mit einem kleinen Opel Vectra in den verglasten Eingang des Berliner Apple Stores. Der Wagen fährt zurück. Die Täter dringen ein. Sie bringen große Taschen mit, große Baumarkttaschen, um damit das Liebesgut in der Folge herauszubringen. Zwar war der geplante Besuch nicht besonders erfolgreich, da sich der Großteil der Ware in einem nicht zugänglichen Lager befand. Jedoch sorgte diese Nachricht für lauter Schlagzeilen. Als Aka außer Kontrolle zwei Jahre später in seinen Rap-Texten begann, darüber zu berichten, sorgte dies für noch mehr medialen Aufruhr. Der Fall wurde so populär, dass er sogar in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY auftauchte. Fünf Jahre später nennt er sein Musikalbum XY. Steckt er also wirklich hinter der Überrumpelung? In dem Lied 136er sagt er folgendes. Gangster, ich habe einen Coup mit meinen Männern vor. Ich klaue deinen Vectra und du findest ihn im Apple Store. In dem Lied Echte Berliner macht AKs Kollege Undercover eine weitere Anspielung auf den Vorfall. Wer sind die Kings? Wer macht es den Gangstern vor? Wer sitzt am Lenkrad und brettert in den Apple Store? Echte Berliner, echte Berliner. Aufgrund von solchen Textzeilen werden Davut und einige seiner Kollegen damals für den Apfel-Einmarsch verdächtigt. Handfeste Beweise sind bis heute allerdings nichts weiter als ein feuchter Traum der Staatsanwaltschaft. Unabhängig davon, ob Davut bei diesem Feldzug involviert war oder nicht, hat er seine Karriere für immer verändert. In dem Lied Echte Berliner aus 2015 liefert AK einen fast schon glasklaren Hinweis auf eine legendäre Blitzparty, die sich 2013 ereignete. Die Zeile geht so. Wir graben uns einen Tunnel direkt zu den Schließfächern. Der sogenannte Tunnelraub war einer der aufsehenerregendsten Operationen in der Geschichte der Plünderungen. Die Langfinger verschafften sich damals Zugang zu den Tresoren einer Berliner Volksbank. Hierzu ließen sie ein Jahr im Voraus einen 45 Meter tiefen Tunnel errichten, der durch zwei massive Betonwände führte. Am Abend der Tat gelang es den Schlawinern, knapp 300 Bankschließfächer aufzubrechen, wodurch sie insgesamt 10 Millionen Euro an Wertgegenstanden ergaunern konnten. Danach hinterließen sie ein Feuer, um die Beweise zu vernichten. Bis heute zerbricht sich die Berliner Polizei den Kopf über diese Tat. Steckt die Außerkontrolle-Crew dahinter? Was denkst du? Obwohl die vielen Aktivitäten ihm finanziell ziemlich in die Karten gespielt haben, konnte er nicht ahnen, dass die Behörden ein Ass im Ärmel hatten. Bei einem des spektakulären Vorgehen wird Davut gefasst, weshalb er zu 24 Monaten Gefängniswand anstarren verdonnert wird. Dies sollte allerdings einen neuen Weg für ihn einleiten. Zum ersten Mal im Leben ist dieser sogar legal. Es ist die Musik. Bis dato war Davut bereits aktiv im Musikgeschäft. Doch er schwörte sich, dass er sich nach seiner Freilassung komplett darauf fokussieren würde. Wird ihm das gelingen? Aber hallo! Um die Mitte 20 müsste Davut gewesen sein, als er eines Abends mit seinen Kollegen zusammen auf einer Couch rumgammelte. Die Kollegen fingen spontan an, ein paar Textzeilen zu schreiben und sie vor den anderen Jungs vorzutragen. Davut ist alles andere als begeistert. Er findet es sogar schrecklich und ist überzeugt, dass selbst er das besser hinkriegen würde. Gesagt, getan. Er machte sich ran an den Zettel und schrieb ein paar eigene Zeilen auf. Als er sie dann schließlich seinen Freunden vortrug, waren sie völlig begeistert. Aus einem Scherz entwickelte sich ein Hobby und aus dem Hobby schrittweise eine Karriere. Zunächst nennt sich Davut Drama King. Ab 2010 geht er seine Karriere dann ernst an. Denn für ihn gibt es keine schlimmere Vorstellung, als wieder im Gitterhotel zu landen. Knast ist richtig. Dieser kleine Raum, diese kleine Zelle, so ein paar Quadratmeter, die du da für dich hast. Die Toilette direkt neben dir. Das Schönste da drin ist der Schlaf. Das ist die einzige Zeit, wo du frei bist. Rap sah er seit Tag 1 als Möglichkeit, um dem Ganoventum ein für alle Mal lebwohl zu sagen. Ich kann halt mein Leben damit verarbeiten und alles. Ich verarbeite das alles in Texte und das hält mich auch zurück. Ich lief mir meine Zeit zum Beispiel. Da komme ich auf keine dummen Gedanken. Ich bin viel im Studio. Ich könnte so, du wirst ja nicht immer im Knast landen. Entweder Musik oder Straße. Jedoch musste AK wegen der Musik eine schwere Entscheidung fällen. Ich wusste, ich kann... ...Risiko ein, was er heute sicherlich nicht bereut. Rappen tut er bis heute in der Außer-Kontrolle-Crew. Doch von dem krummen Leben hat er sich endgültig abgewendet. Die Bande besteht neben AK Außer-Kontrolle unter anderem aus Fuchs Außer-Kontrolle und Undercover Außer-Kontrolle. Ihr Markenzeichen? Das Bandana. Es ist nicht etwa dafür gedacht, um sich vor infektiösen Krankheitserregern zu schützen, sondern um die Identitäten der Sprechgesangsartisten bedeckt zu halten. Denn in ihren Liedern berichten die Jungs von zahlreichen Entwendungsaktionen und bringen sich selbst mit einigen Vorfällen in Verbindung. Die Frage, wie viel Wahrheit hinter ihrer Fassade steckt, kommt dann natürlich ganz automatisch. Aber stimmen ihre Geschichten? Sie selbst sagen Folgendes. Ich rappe halt über Geschichten von meinen Jungs, die wirklich passiert sind. Nehmen wir die Textzeilen doch mal genauer unter die Lupe. Als mit Sturmmaske und Brecheisen in den Benz steigen, auf die Autobahn mit geklauten Kennzeichen, 300 km am Tunnelblick, hier brennen Reifen. Wie du Spitzhube schon erkannt hast, geht es in AKs Texten hauptsächlich um das Ergaunern von Wertgegenständen. Wo Blitzüberfälle auf Pfandhäuser, maskierte und bewaffnete Bankräuber. In Interviews spricht AK offen über seine düstere Vergangenheit und erklärt den Fans seine turbulente Lebensgeschichte. 2019 veröffentlichte er seine eigene Biografie namens Auf Staat seinen Nacken. Nimm dir alles, was du kriegen kannst. Darin erzählt er seine Geschichte zwischen Knast, Plünderpartys und der ständigen Angst, aus Deutschland abgeschoben zu werden. Jedoch hat AK dieses Leben ein für alle Mal hinter sich gelassen. Dass AKs Texte der Realität entsprechen, sollte niemanden überraschen. Aber ist doch eigentlich egal, oder? Wichtig ist, dass er aus seinen Taten gelernt hat und jetzt endlich ein sorgenfreies Leben führen kann. Heute ist seine dunkle Vergangenheit lediglich ein Erinnerungspaket an die Zeit vor seinem Erfolg. Durch die Musik hat es AK außer Kontrolle geschafft, der Kriminalität ein Ende zu setzen und das Fundament für ein legales Leben zu errichten. In seiner 15-jährigen Rap-Karriere, geprägt von Höhen und Tiefen, hat AK zahlreiche Hits produziert. Darunter Jim Beam und Body, In Meinem Bands, Für die Diebe und viele mehr. Dabei landete bisher jedes seiner sechs Studio-Alben in den Charts. Seine Fans bewundern ihn vor allem wegen seiner authentischen Art und seinem musikalischen Talent. Eines muss man ihm lassen. AK weiß, was die Leute hören wollen und wie er seine Geschichte klug vermarkten kann. Noch dieses Jahr erwartet seine Fans das Album Mask Off. Könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass AK sein Bandana ablegen wird? Wir werden sehen. Bereits im September wird er in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour gehen. Das wird sicherlich großartig. Was hältst du von AK außer Kontrolle? Gefällt dir seine Musik? Und über wen soll das nächste Video sein? Schreib es gern in die Kommentare. Wie ist es in derбоhvinigen Stelle? Was hältst du noch? Das ist ja auch nicht mehr. Tag der Sitziger. Ich kann es noch nie mehr.